11 Mal verpflichtet, eingestellt ist eigentlich viel, weil das sind Europäische Torwart, die mit allen Gewinnern bei der Europäischen Meisterschaft, der Weltmeisterschaft, gar unter und diese werden die Mannschaften in dieser Saison natürlich relativ lief noch mehr auf und werden für jeden Kampel-Rennen ein ziemlich harter Brocken. Freuen wir uns also auf internationalen Spitzensport hier im Eisleben heute gegen den A2-Mais. Und jetzt überlege ich natürlich an den Anliegen, der unser Team aus Eisleben vorstellt. Im Greco, hier steht ich gegenüber, Uwe Dorda gegen Rupert Fuchs. Sieger nach 36 Sekunden, Uwe Dorda, ASV Meiz. Applaus Vielen Dank. 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 Good. 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 Zwei, zwei! Maschinen! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein! Eine Nachfüllung für die polnische Nummer 1 in der 66 Kilogramm-Kasse. Wunderbarung! Beide! Na, die Beide! Na, die Beide! Na, die Beide! Beide! Na, gut Result, fragt es! Das war's für heute. Spannende Musik 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alle Latsby, das ist es! Alle Latsby, das ist es! 1, 2, 3 1, 2, 3 Let's play our good work 4, 3, 3 5, 6, 7 4, 5, 7 5, 7 7, 8 8 9 9 10 10 10 12 Ich hab noch ein Lacken, gib dir Lacken, schüttel! Und du in den Pax! 2 und 3! Hier steht die Gegenüber von blauen Gangfarbe, Norman Piguns. Blaue Gangfarbe, Ferdinand Zwerg. Oh mein Gott! 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 Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war's. Das ist wirklich gut, ich habe es wirklich gut. Applaus Vielen Dank. Brot von See! Brot von See! Komm rein Brot von See! Wir machen den Nacken in den Kampf, okay? So, rett, sieh, Tord! gobierno! Jetzt cheiße! Man kann ja eben sofort beim V-Sieg. Wenn er jetzt 14 Hubschritt gewinnt, nur 1 oder 4. Tor! 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 Tor, Tor! Ach, du jettes ZyKE! 3, 5실. Da war ich Kosti. Dort hat den Mann und Zurufe einiger Spiel ist. 2 3 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Das war's für heute. Die letzte Kampenmöbel. Verletztenzeit. Theoretisch kann er jetzt hier ein Bild zeigen. Wie lange er gesagt hat Philippe? Malke an. Das dauert. Jawoll! Bravo! Anzug! 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 Jawoll! Super! Ja, Kostov! Ja, Kostov! Kostov! Ja, blick! Sie wird durch. Tech-Show-Lebenheit. Konstantin Völk ASV 1,88. Applaus für Norman auch! Wir nehmen Ihr peripheral cholesterol. Gummer. Schöne. Kristin? zkusern? Steischer? Dankeschön! Applaus Da nur die V وس错s нам Sdadeborn. Pimp. behindchukel so악? Ja, habe ich Risk-Lebenheit. suprem-Juie ist Legal. Yen, derك Electro-Counsel, 1, 2, 3, 2, 1 Wir sind in der nächsten Kurs. 2-3, Kartenhüttel 2-3, Kartenhüttel 3-3, Kartenhüttel 3-3, Kartenhüttel 3-3, Kartenhüttel 3-3, Kartenhüttel 4-3, Kartenhüttel 4-3, Kartenhüttel 4-3, Kartenhüttel 4-3, Kartenhüttel 4-3, Kartenhüttel 4-3, Kartenhüttel 5-3, Kartenhüttel 5-3, Kartenhüttel 5-3, Kartenhüttel Applaus 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 Noch zwei Erstrichen. Noch zwei Erstrichen, noch zwei Erstrichen. 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 WDR mediagroup Gaits Siegert durch technische Redenheit, die Orte der Bukur, ASV Mainz 88. Es gibt jetzt eine 25 Minuten Pause und ein 1.000 Minuten ist da nämlich ein Mal Gazei gegen Malek Mozzali. Das war's. Ja, ja, ja! . 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 Das war Jolle! 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 Das war's. 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 Das war's.